Ich will immer auf Englisch sagen. Welcome back. Ich weiß nicht, warum ich immer Englisch spielen will. Ich weiß es nicht. Ich habe es doch fast geschafft. Du, er hat mich nicht mal getroffen. Ey, ich kann es nicht. Nein! Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Nein! Wo war dieses Erste-Hilfe-Spray bitte? Wo? Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Das macht doch gar keinen Spaß zuzugucken, oder? Ich glaube, wir müssen einfach nur warten, bis wir unten sind. Also sechs Minuten noch verstreichen. Junge! Nicht gut. Was macht der da? Nicht gut. Ja, oh, oh. Nicht gut. Du witzvoll. Ich habe keinen Bock mehr. Nein! Hä, er ist doch... Oh, das regt mich auf. Das regt mich auf. Er geht nicht gerade so. Er läuft einfach auf mich zurück. Es ist egal, was ich mache. Er macht diese Kurve. Ich brauche erst mal Entspannung zu. Ich verstehe. Also einfach nicht. Ich kriege die Krise. Ich kriege die Krise wirklich. Ich weiß nicht, was ich mache. Aber wo ist diese Krise? Nein! 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 Okay, warte mal. Ich kann nicht mehr. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Stimmt. Ja. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott, wir kriegen es hin. Ich glaube an mich. Uh! 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 Ich glaube an mich. Wir kriegen es hin, oder? Wir kriegen es hin. Motiviert mich. Motiviert mich! Bitte! Bitte! Motiviert mich! Bitte! Motiviert mich! Bitte! 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 Alter! Hat mir Spaß! Alter! Ist er tot? Ach so! Tschüss! Puh! Oh! Ich habe auch noch diese... Sie haben die unterste Esel. Okay, wir müssen wieder aufsetzen. Ich weiß nicht, wohin. Müssen wir da lang? Ja. Hallo! Wo ist meine Waffe hin? Halt dich fest! Wie? Jetzt kommt Endboss! Nee! Nee! Endboss ist... Nee! Sorry, aber... Pfff! Pfff! Ich habe die niemals! Nee! Ich mein's ernst! Nee! Ich bin ein bisschen entfüßt! Ja! Ich bin ein bisschen verwirrt! Ihr Ernie. Wir haben neun Stunden drangesessen, neun Stunden, Speicherzähler 36, das ist schon schlimm genug. Huli Fug. Huli Fug. Jetzt ist die Frage, wir haben Resident Evil 2 durch. Wir können hier jetzt 3 holen, also 7 haben wir durch, 2 haben wir durch. Ich würde sagen 3 holen wir uns, ich halte gar nicht die Teile so.